Vorsichtiges Aufatmen in China. Erstmals seit Veröffentlichung der offiziellen Statistiken zum Coronavirus ist darin kein neuer Fall von Ansteckung innerhalb des Landes registriert worden. Dies teilte der Gesundheitsausschuss in Peking mit. Dagegen wurden 34 neue Corona-Patienten verzeichnet, die sich im Ausland angesteckt haben sollen. In den Metropolen Chinas tritt langsam wieder Normalität ein. Die Menschen verlassen ihre Wohnungen zum Einkaufen, Spazieren, Gehen und Sport treiben. Heute bin ich rausgegangen, weil ich sehr lange drinnen war. Die Menschen können sich draußen bewegen, wenn sie einen Mundschutz tragen. An vielen Orten werden Kontrollpunkte für das Messen der Körpertemperatur eingerichtet. Ich bin der Meinung, dass Leute mit Problemen nicht rausgehen sollten und dass Leute, die sich draußen bewegen, sicher sind, sodass wir beruhigt sein können. Während in China die offiziellen Zahlen der Neuinfektionen bereits seit Wochen nach unten gehen, ist die Lage in Europa teils dramatisch. In dem von der Pandemie am stärksten betroffenen europäischen Land Italien starben allein von Dienstag auf Mittwoch 475 Menschen im Zusammenhang mit der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Die Gesamtzahl der Toten in Italien liegt bei knapp 3000. Das sind fast so viele Todesopfer wie in China, wo die Pandemie ihren Ausgang nahm. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte kündigte an, dass die Ausgangssperre über die ursprüngliche Frist hinaus verlängert werden müsste. Das ist eine große Herausforderung. Vielen Dank.